... Halleluja, Gloris, Halleluja, für die Freiheit gehen wir uns vorhin. Jeden Montag 19 Uhr, Halleluja, für die Frieden auf in der Spur, Halleluja. Kein Wobbel, nein, ist für alle zu mitsingen, keine Frage. Einer bringt noch zwei mit, Halleluja, und dann sind sie schon zu dritt, Halleluja. Und wir werden immer mehr, Halleluja. Und wir kommen wieder her, Halleluja. Nur als Ganzes, nicht Stück für Stück, Halleluja. Wollen unser Leben, wir zurück, Halleluja. Menschenrechte ganz allein, Halleluja. Die müssen unantastbar sein, Halleluja. Vielen, vielen Dank. Ich sage immer, hier sieht man, dass improvisiert wird. Und dass ihr das genauso schätzt, wie wir das auch haben. Und ich übergebe an den Daniel, da oben steht er im weißen T-Shirt, da wollte er es unbedingt vorzeigen heute. Oh, warte, hat sich da was geändert, ja? Corinna will singen. Nö, also Daniel. Also zwei Mann singen zusammen die Nationalebene. Und ich bitte euch, dort richtig mit rein zu singen. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfand. Glühe im Glanze dieses Glückes, glühe deutsches Vaterland. Glühe im Glanze dieses Glückes, glühe deutsches Vaterland. Haben das die zwei nicht super gemacht. Und denkt mal dran, wir brauchen noch mehr Aktivisten. Da oben können wir viermal singen, wir haben noch zwei Mikrofone, das ist im Abgang kein Problem. Aber ihr merkt, dann kommt richtig Dynamik rein, wenn wir auch schon weniger sind auf dem Platz, als wir losgelaufen sind. Aber ich denke mal, der Sinn und der Gedanke, den wir hier verkörpern, der ist für jeden greifbar. Ich möchte mich immer für jeden Einzelnen für euch bedanken. Meiner bitte zwei bedanken, die wir kooperativ tätig mit uns waren. Unseren Trommlern noch mal alles, alles Gute. Und eine kleine Bitte. Die Trommler sollten immer zusammen an der Spitze laufen. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Musikanlagen im Zug. Und die Trommler stören, wenn alles durcheinander geht und keiner mehr was hört. Diese kleine Bitte habe ich noch. Und dann zum Nachhausegehen für alle. Wer mitsingen will, kann wieder mitsingen. Der Text ist auch schon ausgedruckt, der wird auch bald unterricht sein. Und dann können wir ruhigen, den Mut ist, muss ich sagen. Und mit vielen Emotionen im Herz nach Hause gehen. Ich danke euch, bis zum nächsten Montag. Das war der Montagsspaziergang Erfurt. Nächste Woche wieder am Lutherdenkmal, 19 Uhr, Erfurt. Und mit Vaterland, Feinigkeit und Recht und Freiheit, Sinn des Glückes unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Mitten in Europas Herzen liegt dies wunderschöne Land. Deutschland, das hier steht, beschützend, rutzig und mit Vaterhand. Donau, Elbe, Mars und Memel, Wieser, Eider, Hems und Rhein. Oh, wir lieben deine Döme und den deutschen Sonnenschein. Donau, Elbe, Mars und Memel, Wieser, Eider, Hems und Rhein. Oh, wir lieben deine Döme und den deutschen Sonnenschein. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt beheißen.